um hallo und willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light hier bei der Sog des Spiels Bam 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 goldene Stromflinde hat 42.000 Punkte bohr da ich bin gespannt öffnen sie das tor zu Zolotls Festung verfolgen sie Zolotls zu seiner Festung in den Ödländen der Kader Haupttor alte Krypta alles klar ich war gar nicht so schwer ja kriegen wir schon hier schon mal eine Murmel ähm ähm danke es regnet Feuer die Welt wird brennen unter Lara Crofts Herrschaft meine Kugel brennen die 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 Aua! Aua! So... Äh... Glauben wir die überhaupt? Was ist jetzt da? Nimm sie halt mit. Uh... Äh... Willst du bitte... Wo geht's hin? Ja... Huch... Entschuldigung... Hm... Wir haben eine mega Schrupflende gekriegt. Was nehm ich denn da jetzt raus? Ist alles so verlockend. Äh... Was ist die Folge? Scheiß ich wollte jetzt eigentlich auch... Äh... Nein... Hä? Wir haben eine Schwierigkeitenmittel, sehe ich glaube. Ah... Was ist das? Was? Oh... Läuft! Das sieht wieder nach einem großen Außenareal aus. Hallo. Ist das nicht wunderschön? Nein. Das sah in den letzten 2000 Jahren meine Welt aus. Mein Gefängnis wurde zu meinem Königreich. Und schon bald wird es euer Rat sein. Lara, kannst du nicht einfach mal eine Garde an den Schädel schmeißen? Apopo. Packt, die leuchten so komisch. Die haben einen Horn! Das sind Einhöhner! Geil! Und drückt doch B! Huch. Ja gut, danke. Äh... Hab ich noch nicht gewusst. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Beide Torwächter. Sind die auf der Karte verteilt? Kann sein. Hm. Hm. Meine Bomben sind ja viel größer als deine. Ah, da hinten muss rein. Warte mal, ich komme mal näher. Drei. Ich bin zwar fast tot, aber ansonsten geht's mir gut. Ach du heilige Scheiße. Nein! Heb. da ist was eingesperrt wir haben Power-Up naja wir brauchen noch neue Murmeln im Übrigen so und wir sind wieder am Anfang ich habe aber was gefunden der war eben aber noch nicht da hier ja jetzt immer rauchen ich hole mal fix das Power-Up gut die haben ja durch diese Momente scheiße ne die Mummel ist von alleine runter gerollt nein die wurde wirklich sprengt warten wir das einfach ab das ist ein Zeitspiel mann das ist ein Zeitspiel nein nein Kugel oh irgendwie haben wir es geschafft dass ich mich hinten festbacke passt ja ich glaube weil du fast tot warst aber das hast du nicht so weit weg von mir weil sonst ziehst du mich mit ich glaube auch nicht so weit ist das ich glaube auch nicht so weit ist es mich mir ist es es ist es ist es ist es ist es ist der war ja ich wollte mir der kugel zerstoßen es muss doch irgendwie gehen weil ich habe damit vor dem golem tot gemacht so super sports direkt fast tot man so 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 Ich hab ne Schildwächter gefunden. Schön. Schildwächter. Schildwächter. Jetzt hab ich nicht gelesen. Was müssen wir machen? Keine Ahnung. Warum muss sowas immer mitten im Kampf kommen? Kannst nicht nach dem Kampf kommen? Wer triggert denn sowas? Du hast doch keinen Schild mehr, du Pfeife. Komm jetzt runter. Pfeife. Warte mal, warte mal. Besiegen sie den letzten Torwächter. Nehmen sie seinen Schlüssel an sich. Mann. Oh nein. Der hat auch kein Schild mehr. Warum prallen die denn da ab? Das Spiel ist doch verpackt gerade, oder nicht? Müssen halt erstmal sein Schild abnehmen. Das kriegen wir über ne Bombe hin. Was, was? Hauen wir einfach ab. Können wir auch. Wir haben, wir haben den Schlüssel. Ja, dann komm. Bin unterwegs. Ja, komm halt. Ja, ich hab bis eben nicht mehr gelebt. Ich hab dich ja auch wieder wiederbekommen. Rearrived. Finde ich gerade den Ausgang auf dem ersten Versuch? Da. Okay. Schade. So, warte mal. Da hab ich mal. Jo. Die Stromflinde war scheiße. Doppel-MP. Okay. Warte mal ganz kurz. Keks? Ja? Ja. Du hast den Schlüssel. Ist du schon drin? Nee. Doch. Den letzten Torwächter müssen wir noch töten. Ach so. Oh Gott, wir haben ihn schon. So, von wo sind wir gekommen? Gute Frage. Ich glaub, hier sind wir gekommen. Da sind wir gekommen. Wir müssen mit da lang. Okay. Wow. 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 Muss ich hier noch? Mach mal Hä? Wir müssen beide drauf Mhm Oh, wie? Weil ich muss nämlich den Haken hier festhaken Nö? Oh Kannst du dich da jetzt nicht hochziehen? Naja, ich muss hier oben bleiben Warte mal, dann machen wir was anderes Geh mal runter Meine Plattform Jetzt geh rauf Und dann komme ich her So, jetzt habe ich ein Problem Ich muss Warte So auch So Das war jetzt wieder ein geiles Grab Äh, bisschen heiß am Arsch Komm, wir müssen unsere Artefakte aussuchen Vielleicht sind... Die sind ja... Die sind doch gar nicht mehr auf dem Sinn und Zweck der... Äh, auf dem... Verteidigung... Ui Nehme ich Hier, Bombe, Bombe... Bombe und Waffe Was haben wir noch, ne? Machtschuss, Machtbombe, Heilung, Munitionierung, Turbo, Machtbombe Machtbombe, Streuschuss, Machtschuss, Machtbombe und Streuschuss, Machtbombe, Turbo, Macht, Munitionierung und Heilung Heilung ist natürlich auch immer so eine Sache, um Munitionierung, ne? Nehm das mal Wir haben genau das gleiche Setting Aua, ja, okay Lass uns weiter machen Und wir haben die irgendwie seit, äh, Level 2 oder so nicht mehr geupdatet, weißt? Ja Das war langsam jetzt aber auch zu merken Vielleicht was sagen wir deswegen immer so komisch Jaja, immer auf die anderen schieben, ne? Oh fuck Ich seh nix mehr Ist das ne Schildwächter? Keine Ahnung Ja Au Abhauen Mhm Dann können wir jetzt auch noch töten Oh nein, wir müssen ihn töten Scheiße Dann machen wir das Ähm, warum das? Ach, weil die hier Feuer speien Drei Zwei Eins Danke Ich glaub es gibt da mal einen anderen Ausgang Oh ja, hier Hä, wo? Hier unten Ja Ja Haken Das ist zwar so ein roter Dickschädel, aber es macht nix Übrigens, äh, die nur wartet da so ganz begierig Dürfte ich vielleicht auch mit? Dürfte ich vielleicht auch mit? Nein, es geht hier ja nicht weiter Und was, wenn es da unten weitergeht? Dann, los, haken Ja Wie, wie jetzt? Töte ich einfach Ja, super Hä? Weiß ich doch nicht Und dann sind wir wieder hier So, mit meinem ganzen Muni weg Ist gar nicht Du hast doch noch alles am Muni Nein Doch, du hast vollen Muni-Balken Meiner ist fast leer Bei mir ist er leer Bei mir ist er voll Ich bin bei Lara, ne? Ja Meiner ist leer Deiner ist bei mir randvoll Da Aber bei mir ist er leer Hier, da Na ja, egal Nee, meiner ist leer Ich kann nix mehr Meiner ist leer, deiner ist voll Deiner ist auch leer Ja? Nö Guck auf dein Handy Sieht nur, die Sonne geht auf Diese Welt wird zu meinen Füßen zerfallen Und ihr werdet als Erste sterben Ja Das war das vorletzte Level Dann ist es ein Bug Bei mir war er eben leer Ich hab nichts mehr machen können Ja Das war... Weil ich... Was toll geworden ist Äh... Meine Deiner Dank fürs zurückgucken Und bis zum nächsten Mal Im letzten Level Yay Bye 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 Bye